Yesers, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wo komplett anders. In keiner Küche, an keinem Esstisch oder sonst was, sondern ich sitze hier auf einer Couch auf einem Setup? Bühnen-Setup? Bühnen-Setup? Das, was auch übrig ist von der Bühne, kann man so sagen. Die Teppiche sind noch da, die Magic-Kafels sind noch da. Das ist das Wichtigste, weil so heißt der Kanal von, ich sag mal ganz frech, der Band von meinem Vater tatsächlich. Und ich durfte mit denen heute mal was gemeinsam singen. Und ja, schaut bei denen auf jeden Fall vorbei. Du klingst überhaupt nicht wie eine Anfängerin, deswegen ist sie total bescheiden, aber wir freuen uns riesig, dass du uns beehrst. Supercool. Dankeschön. Ich kann ein wenig, eine Cigarette, aber nicht, dabei, ich bin noch nichtottet, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020